Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Wir wollen jetzt auch mal wieder zurück nach Strossen Kai. Du bist Basil? Danke. Du bist Basil? Ja, 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 okay. Du bist Basil? Wie kann ich Basil finden? Basil? Ich habe keine Ahnung. Geh nach jemanden. Und geh nicht auf deinen Nacken. Wo es nicht für lange ist, oder du bist sorry. Okay, zurück zu Strossen Kai. Schau, du wolltest kommen. Und hier bleibst du, bis ich mich anders fühle. Okay, ich komme hier jetzt nicht einfach zurück nach Strossen Kai oder wie. Was muss ich dann machen? Ich muss Peter, weil ich irgendwas erledigen muss. Wenn ich jetzt nicht nach... Warte mal. Hier. Key to Isara. Dann ist einer der Häuser hier vielleicht doch Isaras Haus. Wir hatten ja geguckt gehabt. Oh, das erste was wir jetzt machen ist der Use Key to Unlock Journal. Okay. Kann ich jetzt so irgendwie nix machen. Aber ey, super, dass wir jetzt hier direkt... Erste Hütte Isaras... äh... ja. Examine Isaras Journal. Examine Isaras Journal. Da müssen wir vielleicht irgendwas finden. Irgendwas rein tun. Irgendwas rein tun. Bandage. Jo, okay. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Hier muss es doch irgendwas noch geben, oder? Irgendwas zu finden. Wir sind hier auf jeden Fall schon bei Isara in der Hütte. Äh... Das Bug ist ja hier. Hier kann ich nix machen. Wählen tue ich hier auch nichts. Hab ich irgendwas anderes im Inventar? Eine Rustic Key. Können wir auch mal versuchen. Use Key on Unlock. Better try something else. Hmm... Nee, das funktioniert auch nicht. Die Feder. Scheiße. Better try something else. Okay. Können wir hier vielleicht noch mehr Häuser? Machen. Damit öffnen. Eventuell. Da vorne haben wir ja noch eine Hütte. Die Hütte ist lockt. Okay, das können wir nicht. Aber oben gibt's noch was. Äh... so. Aber... Trotzdem fand ich das geil, dass wir... Erste Tür direkt... Hier Isara Sütte haben. Oh! Was haben wir denn da? Da oben ist ja auch noch eins. So. Okay, hier kommen wir nicht. Hier sind ja jetzt sehr viele Health Potions versteckt. Was? Was? Hm... Und hier ist noch ein... Noch ein Trank. Iron Skin. So. Und einmal rückwärts. Jo. Okay. Perfekt. Haben wir. So. Und jetzt... Müssen wir vielleicht so... Diese Atemweil wieder zurück. Äh... Ja. Passt. So. Ja. Muss ich vielleicht nochmal mit... Mit dem anderen da quatschen. Mit äh... Basil. Hier oben ist ja nichts. Ja. So. Genau. Beziehungsweise den Trip probieren wir hier überall einmal aus. Interessant aber wie viele... Oh. Ich muss hier einfach mal so rumliegen. Oh. Fast runtergefallen. Wer weiß. Vielleicht gibt's hier noch mehr. Nein. Nein. Und wieder hoch. Einmal hier alles erkunden. Irgendwie muss das hier was geben. Ja. Und runterfallen geht auch. Hier kommen wir nicht mehr hoch. Gibt's da vorne was? Irgendwie muss es doch noch mehr geben. Also nur so zur Info, damit ihr auch Bescheid wisst. Ich hab mal die Facecam ein bisschen kleiner gemacht. Damit äh... Ich nicht mehr... Hier die Items da versperre. Kann ich mit dem quatschen? Woher kann ich Basel finden? Ich kam einfach mit Yelly. Hab ich mit Basel gesprochen? Schau mal nach Westdoch. Geh da direkt und nicht in keine Probleme. Ich muss zurück 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 zurück. Geh frag mal Basel. Er sagt, wer bleibt und wer hier geht. Ja. Das Drossenkalk komme ich jetzt erstmal nicht zurück. Aber immerhin haben wir Ruhe jetzt erstmal von den Lochen. Von den... Kaiserlichen. Ah. Und hier muss es doch noch irgendwo irgendwas geben, oder? Oder muss ich jetzt mit Basel quatschen? So, hier komm ich jetzt... So, so. Dr. Wander? Nein, ich will mit Basel. Okay, wie öffne ich sind? Nein, ich will nicht mit Basel quatschen. Ich will mit dem anderen Wander quatschen. Ja, jetzt hör auf mit Basel zu quatschen. Ich will mit Wander. Ich will mit Wander, oder wie er heißt. Wander. Wander. Kommt auf das Bordstück. Ich will mit Zander, für meine Freundin sein. Und was von meinen Männern? Was für das? Die Männer haben mir keine Wahl gegeben. Wir waren in diesem Schiff, mit einer kennelle Legion, das ist dein Wettbewerb und ich werde nicht in den Draht. Wander. 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 Ist das eine Tür? Nein, keine Tür. Aber wie öffne ich jetzt die Zahras Tagebuch? Das verstehe ich gerade echt nicht... Wie hältst du denn das jetzt? Hier muss es doch noch irgendwas geben, oder? Mit einem Kompass? Ja, da fehlt das eine rote Ding da. Den will ich jetzt finden, also beziehungsweise... Den brauchen wir. Und da müsste ich hier irgendwo sein dann wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus. Wir müssen mich hier mal suchen. Aber wo soll das sein? Ich gehe mal davon aus, dass das hier irgendwo versteckt ist. Wäre jetzt doof, wenn es ein Strossen Kai liegen würde und wir jetzt aber nicht zurückkommen. Ich raffe es nicht. Hier ist er auch nicht vor Ort. Komm, wir quatschen mal mit dem Boot. Vielleicht gibt es neue Sprachoptionen auch? Ne. Oder kann man? Gibt es da die Möglichkeit, wieder auf dem Wasser rauszukommen, wenn wir ins Wasser gehen würden? Sieht nicht so aus. Gibt es da drinnen die Möglichkeit, irgendwo hoch oder runter zu klettern? Nein. Ich habe aber ohnehin gar keine Anhaltspunkte, oder? Das muss man nicht. Oh ja. Genau. Oh ja! Gibt es da. Ich habe keine Einrichtung von Laten zeit. Ich habe das. Wir wissen, wie es nicht funktioniert. Ich habe das. Ich habe das. Es ist die erste Bildung. Das kriegen wir nicht. Ich habe davon gar nichts, was ich jetzt machen muss. Hier ist auch nichts? Es tut nichts von sich selbst. So, was ist denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wirklich? Muss da Gold rein? Hier muss es doch irgendwo was noch geben, oder? Wie müsste ich hier irgendwo was versteckt haben? Das ist jetzt die Frage. Ja. Genau das wollte ich. Muss ich hier vielleicht auf die Kisten drauf? So funktioniert das nicht. So, dann gehen wir nochmal hoch. Irgendwo muss doch was versteckt sein. Wirklich. Also. Ja. Ich komme einfach aber nicht drauf. Okay. Hier komme ich auch nicht drauf. Hier komme ich nicht drauf. Hier komme ich aber drauf. Aber ich raffe nicht, wo ich hin muss, wo ich suchen muss. So. Ich will es mal hier versuchen. Warte mal. Wir haben doch eine Stufe. Geht wie Volunteer. Ich kann dich hier. 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 Ich exploiterje. Ich kann dich hier. hier kann man nicht mehr hoch aber irgendwo muss ich doch graben können oder? da war Isara da in der Hütte in der Nähe irgendwo muss ich doch graben können oder? ok, was war das denn jetzt? ich kann hier nicht graben aber wo muss ich jetzt graben? das ist jetzt die Frage ich könnte hier hinten irgendwo anfangen ja ich komm hier gar nicht mehr hoch ich kann hier nicht graben so, und nochmal hier ich kann hier nicht graben ich kann hier nicht graben ja Cyrus, irgendwo muss er doch graben können oder? ich kann hier nicht graben Ich kann nicht hier spüren. Ich kann nicht hier spüren. Ich kann nicht hier spüren. Das ist vielleicht eines der Schiffe hier. Wir haben vielleicht die Sarah. Ist hier vielleicht irgendwie was? Das sieht ja nicht danach aus. Das Schiff müsste auf. Vielleicht irgendwie. Irgendwas haben. Da vorne haben wir auch noch mal ein Schiff. Von dir jetzt gerade nichts. Kann ich hier rein? Ich kann hier nichts rein. Gehen wir uns mal die anderen Schiffe angucken. Lass mich raten. Ja, wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite. Mit dem eigenen Gebäude. Ja, wir müssen hier auf die andere Seite. Damit wir überhaupt erst an die anderen Schiffe kommen. Gucken wir uns dann die mal an. Ich glaube, wir kommen nicht auf die Schiffe. Hm. Ja. Okay. Jetzt ist nur die Frage. Was muss ich machen jetzt, um irgendwie... Ja, okay. Zara's Ding da hier öffnen zu können. Total gut. Alter, ist das schwer. Erstmal auf die die Koppen zu kommen. Warte mal. Das sieht aus, als könnte man da hin. Warte mal. Ja. Nein. 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 Okay. Ich weiß aber. Wir haben da was gefunden. Okay. Ich kann hier nicht einfach so wieder hoch. Das heißt, ich muss jetzt einmal komplett drumherum schwimmen. Und wieder hier rauszukommen. oder wie. Ja, super. Ja, super. Ich kann hier rauskommen. Eventuell. Vielleicht irre ich mich da auch komplett. Kann auch sein. Aber... Es ist zumindest etwas... Eine Sache Neues. Wo wir hin können. Auf jeden Fall. Und... Und nochmal darüber. Warte mal... Ich hab ne Idee. Ja. Cyrus. Das ist ne gute Idee. Genau so. Weiter machen. Alter, was ist denn mit Cyrus jetzt gerade? Jetzt? Ja. Dann gehen wir hier entlang. Ja. Ah, ok. Nehmen wir den. Äh, hier. Es war ein Versuch. Da kommen wir gar nicht hoch, oder wie? Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich habe keinen Plan, wo ich das finden soll. Ähm. Ja, ok. Sehr, sehr verwirrend gerade. So. Ich laufe hier wirklich jetzt gerade wie so ein Geisteskranker. Wie bestellt und nicht abgeholt laufe ich hier durch die Gegend. Gucken wir alles an. Und habe keinen Dunst, wie ich jetzt das Buch da öffne. Auf jeden Fall eine Idee habe ich. Da fehlt ja ein roter Stein. Ob Kobil oder sowas. Vielleicht wird oben irgendwo wirklich hier. Auf dem Gebäude hier von Isara. Und die haben es übersehen. Hier nochmal hoch. Äh, nein noch nicht. Jetzt. Du schaust. Es könnte auch sein, dass er bei einem von denen Dingern hier ist. Nee. Da ist nichts. Auf dem anderen auch nicht. Was? Ein bisschen blau, wo ich die, äh, wie ich das Buch öffne, ich weiß echt nicht weiter. Mir tun die Jungs und Mädels der, äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er echt leid, die ohne Handbuch das irgendwie, ja, lösen muss, von selber drauf kommen muss. Ich glaube, ich bin aber aktuell dafür zu doof. So, aber wir pinnen das raus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Ich bin's, euer Max Deus. 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 Ich bin's, euer Max Deus.